hallo freude ist kein youtube sport grüß euch die strahle ja ich habe mir ein weihnachtsgeschenk schon mal gegönnt vorab und ihr seht ja im hintergang ist schön leer und ich habe einen schnapper geschossen bei ebay geil und dann kommen wir jetzt zum unboxing zu nehmen ja 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 so die schleichwerbung da so hier ist das nette paket man schon die breite sehen hier ist ein umfeld also das ist auch nicht gerade klein das ist ein nettes dingen so wie kriege ich das jetzt auf ihr seht auch ein neues sofa habe ich ein kumpel besorgt aus münchen ja schönes großes teil oder wollen wir mal schönes messerchen hier so und dann wollen wir mal gucken dass wir das hier an der seite den stoff damit geht er lieber hier vorne hin ich wollte die messer soll zu tage sind auch nicht mehr so scharf wie sie mal sein soll vielleicht kann ich das aufreißen ja da haben wir es auch schon mal schön fleißig sehen kann ja es ist ein green screen jawohl wenn man das immer da raus mit den fetzen das ist ein fettes paket das ist aber richtig dickes teil ja für ein schnapper und schon eingeschossen vom material genau das gleiche wie wir bei dem alten und einfach mal ab hier und jetzt ist das immer rausgeholt für die grüne farbe guckt ihr ist das geil da ist das geil richtig schön dick so ihr fragt natürlich war auch dickes zaster ja jetzt wollt ihr natürlich die maße wissen nicht gerne also die maße dafür sind moment so die maße sind hoch und drei meter von dahinten bis länge sechs meter also drei mal sechs geil oder geil also da fühle ich jetzt hier so richtig schön nachher aus und dann gibt es damit dann auch ein stream aber vor die kam noch einstellen ja ich freue mich aber das andere ding war so klein so jetzt mal gucken wie ich das hingegen kriegt nicht vielleicht habe ich das mit einem bild oder mit einem kleinen video noch hinten dran also so ich habe ja gesagt video kommt wenn das ding hängt hat ein bisschen gedauert jetzt ich musste noch zwei drei sachen suchen dafür aber dann auch so passt aber hängt jetzt und luke die luke das aber so damals dann hätte der dinge schon hängt ja schön groß schön breit nicht so klein wie dann alte dinge wird das daran hängen dann wäre das noch ganz kleiner ausgefallen aber jetzt zeige ich euch mal als vergleich da habe ich das kleine ding und da die man drauf also es geht von da oben bis unter dem boden eigentlich sollte das ein bisschen kürzer abfahren ich bin überlegen ob ich das da unten wo die erste kante da kommt noch abschneide aber von der ecke bis bis zum sofa da bis zur kante habe ich mir gedacht das ist eine gute ecke also ich habe noch mal so ein großes stück ja und dann habe ich noch mal irgendwie so glaube ich so ein stück was man drei mal sechs meter das ist schon einige stoff das lustigste an der sache war das ist ja alles zusammengefaltet also quatsch fucking hell lagere ich für einen scheiß alter aber für 14 euro alle das ist es hat aber fettes mäßig ist eine geile sache ob er schon eingestellt also der nächste stream läuft ohne hinter dinge sein oder geil würde ich sagen dass was das unboxing das weiß für das war es jetzt auch für vorzeige ich muss auch bis über trendern rechner läuft und ja bis zum nächsten mal